Was geht ab, Anthony hier und Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen hier bei Umfragen. Heute ist die Schlagermove in Hamburg. Heute ist so mittelmäßig, heute ist die Warm-Arm-Party. Da vorne ist so eine Bühne etc. Und mal gucken, wie heute überhaupt reinkommt. Aber heute stelle ich Fragen wie, hast du schon mal den Roten Merk gestochen? Wie lange hat es schon? Oder wie groß muss er sein? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, wa? So, bleib auf jeden Fall dran und es gibt noch ein paar Klopfer. Ich hoffe, ich werde nicht so eingedrungen. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Also bleib auf jeden Fall dran und wie heißt ihr? Ich heiße Katie. Und Sie? Volker. Wie war das? Katie. Katie, okay. Ja. Okay, die Frage ist erstmal an die Lady. Ja? Wie groß muss er sein? Der Typ? Sein bester Stick. Sein bester Stick. Ich habe einen falschen Partner. Ich glaube, die wollen Zentimeter höher. Ja, genau. Na komm, 17. 17 reicht? Ja, ja krass. Okay, ich dachte, es müsste weniger. Das geht ja auch auf die Technik drauf an. Ja, oder die Ticke auch, oder nicht? Ja, na klar. Ja, okay. Umfang. Umfang. Okay, um an Sie. Ja. Haben Sie schon mal ein Roten Meer gestochen? Ein was? Ein Roten Meer gestochen? Ein Roten Meer? Also schon mal ins Rote Meer? Ja. Ja? Ja. Ja, nice, okay. Gut, dass Sie das schon geben. Habe ich auch schon mal. Und Sie? Ich auch. Also, weil die Wanne. Das kann schon mal passieren. Ja, okay, das stimmt. Habt ihr schon mal die Roten Meer gestochen? Ja. Ja? War das erst so vom Gefühl her eklig und du sagst, okay, das kann man machen, aber muss man nicht machen? War okay. War okay. Und du? Ja, ja, bei mir genauso. Es soll auch sehr gesund sein eigentlich, ne? Also, ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht von gehört, aber auch. Okay. Holst du dir oft einen runter? Und wenn es ja, guckst du dabei Pornos oder machst du mit Fantasie? Also eine Freundin eigentlich, also geht. Geht. Das heißt? Ja, ich habe auch eine Freundin. Bei mir ist es eigentlich genauso wie bei ihm. Hä, warte, warte. Wenn ich eine Freundin habe und ich nicht bei ihr bin, da hole ich mich trotzdem mal runter. Ja, wir wohnenst du so. Achso. Hey, wenn sie nicht zu Hause ist? Ja, dann schon. Ja, sie wohnt nicht bei mir, aber sie ist auch bei mir und sonst. Also so für so glaube ich nicht. Das geht noch. Ehrlich? Okay, krass. Okay, krass, krass, krass. Ähm. Ja, nice. Okay. Und wann war das letzte Mal, dass ihr Sex hattet? Das war es ganz schön. Ähm. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Ja. Okay, und Sie, wer ihn fragen darf? Gestern. Gestern? Ja, nice. Okay. Alles Dankeschön. Gib mir schon einen Klopfer. Hab ich jetzt gewonnen? Ja, hier einen Klopfer. Den nehmen wir gerne. Ja, wollen wir jetzt hier trinken oder wollt ihr das mit? Ja, lasst doch hier trinken, oder nicht? Wollen wir nicht hier trinken? Ja, trinken wir hier. Wir müssen doch klopfen, ich habe eine 30. Und auf welchen YouTube-Kanal müssen wir gehen? Auf Anthony Kassier. Ah, okay. Anthony Kassier. Ja, genau, genau, genau. Das klingt so spanisch. Genau. Ah, okay. Bist du Anthony? Ich bin Anthony. Ja, Prost, Leute. Warte, warte, warte. Auch Volker zu mir sagen. Alle folgen. Volker. Ah, okay, okay. Ich kitzach dich auch. Lilly. Ja, grüß dich. Lilly. Ich mach doch mal Sex. Hey. Wir haben ein Interview gemacht. Ich mach mit dir auch ein Interview. Aufmitte. Warte. Ich hab gewonnen. Dankeschön. Okay. Wohlsein. Skoll. Wie finden Sie das Wetter heute? Gut. Ich hab gestern Sex. Ach du, schau mal. So, sieh's dran. Sieh's dran. Okay. Wie viel Zentimeter? Genau. Papa, hör weg. Es geht ehrlich gesagt um die Technik. Sorry, ich hab' gebraucht. Aber, aber, also es ist wirklich so. Aber mindestens, ja, so 15 ist super. 15 ist super? Ja. Ja, und dann... Oh mein, kleine Haar, so Sinn geht auch. Da muss es einfach matchen. Dann muss es matchen. Ja, dicke ist auch gut. Aber es geht wirklich nicht um die Länge. Sag ich ganz ehrlich. Also wenn es matcht und die Technik gut ist, dann... Und wie lange muss man durchhalten? Das, das kommt ganz drauf an. Also, wenn man zwei Runden machen kann, ist super. Oh, das ist nice. Das ist gut. Okay. Wolltest du schon mal, wo du deine Tage hattest, hattest du schon mal Sex gehabt? Oh, mein Vater schrieb. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Dein Vater hat die Frage ganz cool beantwortet. Ja, das stimmt. Richtig cool so. Also, da achte ich tatsächlich auf den Typen. Wenn er das nicht so feiert, dann akzeptiere ich das absolut. Ob wenn es kommt, dann kommt, ne? Wenn er das okay findet, dann kann man es absolut machen, ja. Ich habe auch gehört, das soll gesund sein, oder nicht? Umsonst sein? Nee, nicht umsonst. Wenn man das so macht, wenn man die Tage hat, also bei dir eine Frau, da man reinstecht. Wir? Nee, das soll gut sein. Achso, soll gut sein? Ja. Ja, ist immer gut, ne? Ja. Ist immer gut. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, seid die YouTuber, oder was? Kriege ich den Namen, damit ich mir das Video angucken kann? Wie heißt die erstmal? Ramona. Ramona. Sabrina. Sabrina? Hey, Sabrina. Nicole. Nicole. Und sie? Tanja. Tanja, okay. Tanja. Ja, Tanja ist auch so. Okay, die erste Frage ist halt, wie groß muss er sein? Ich sehe schon, ist das eine perfekte Größe, oder muss er noch kleiner sein? Bisschen dicker. Bisschen dicker. Ehrlich? Bisschen dicker? Findest du auch? Oder? Das ist ganz nett, ne? Sie ist ein bisschen kleiner geworden. Hallo, nix. Habt ihr schon mal ein Dreier gehabt, oder woher weißt du das? Was denn? Habt ihr schon mal ein Dreier gehabt, oder woher weißt du das? Äh, wir sind sozusagen Familie. Familie? Wie alle. Wie Familie? Also, wir unsere Männer sind... Beheiratet. Beheiratet. Ja, Geschwister. Also... Okay, 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 okay. Und ihr so, wie groß muss er sein? Ist das die perfekte Größe, oder denkt ihr das... Wir sind hier, meine Damen und Herren. Sie hat da keine Erfahrung. Ach so. Sie will immer gleich mehr. Sie will immer gleich mehr. Aber eigentlich muss der nicht so groß sein, oder nicht? Eigentlich muss der Technik so... Was sagst du denn? Also... Ich sag ja, man muss mit oben gehen können, ne? Das ist auch die gute Frage. Ja, das stimmt. Und schmecken. Und schmecken? Ja, okay, okay, okay. Okay, die zweite Frage ist, ähm... Ich möchte das auch nie sehen. Wann hat ihr das letzte Mal Sex gehabt? Äh, gestern. Ey, nicht gestern? Ey, das ist der zweite. Du bist die zweite, die hast du was da. Ich hab gesagt, bevor ich fahr, muss ich nochmal, ne? Nochmal. Wann hat ihr das letzte Mal gehabt? Letzte Woche? Letzte Woche? Ja. Letzte Woche? Was? Ähm... Heute Freitag? Nils! Nils! Wenn du das siehst, ne? Wenn Nicole nach Hause kommt, dann, ne? Dann ran an die Spezialer! Oh, und sie? Wenn ich fragen darf... Letzte Woche! Letzte Woche? Oh! Warum brauchst du mich denn immer? Weiß ich nicht? Ich will doch nur nett sein. Okay, dann tu halt. Okay. Ramona? Eineinhalb Wochen. Dreieinhalb Wochen! Du hast keinen Freund oder hast du einen Freund? Nicht mehr? Oh, okay. Tja, schau. Also wenn du Bock hast... Wir können dich mal so ein bisschen kennenlernen und dann, ne? Lässt du mal in die Bühne an. Boah, der hat echt einen... Welches Basket? Johannesbäri! Boah... Wie heißen sie? Sie, da kann man hier dußen? Wie heißt du? Also, ich war jetzt bei Sie schon vorbei, somit hat sich das dann erledigt? ' Sie kommt rein! Ich will doch immer noch so nett sein, so weißt du? Nein. Wie kommst du jetzt? Lass mal den Bye raus, dann schau mal, was kommt. Okay, alles klar, so wie alt bist du? Ich bin flüssig.cast. Oh! Nice. Ich bin 25. Toyboy Aquas. Obso jünger, desto besser, oder nicht? Ja, Toyboy kann ich mir leisten. Wie支 auch? Der Refrain kann ihn mir auch. Wie heißt du? Ich heiße Tanja. Tanja, okay, nice. Okay, die erste Frage ist, wie groß muss er sein? 1,90. 1,90 und die Bindesgröße? Was? Wie? Wie? Die Bindesgröße, wie groß muss er sein? 19 sind geil, 23 sind geiler. Boah, okay, krass, okay. Aber durchschnittlich ist heutzutage 15... So klein. Du bist geil. Also ich bin der Meinung, er muss damit umgehen können. Also mit 15 cm kann er auch schon was bringen, wenn er weiß wie. Also ich habe 18 und ein sehr guter Durchschnitt und ich glaube... Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Es macht dich nur länger, sondern auch der Durchschnitt. Die Dicke, definitiv. Das ist wichtig. Also Minimum 5 cm. Alles was drunter ist. Ich bin dabei. Du auch? Okay, dann bin ich auch mal dabei. Wieso nenne ich nein? Nein, 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 nein. Das war nicht. Warte, noch ein, zwei Fragen. Ach so, noch eine Frage. Wann hat ihr das letzte Mal Sex gehabt? Gestern. Oh, das dritte Mal? Mit ihr. Was? Ehrlich? 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 Ja, krass. Okay, komm. Dann trinken wir mal, weil die ja nicht so viel Zeit haben. Hier, ne? Willst du auch rein? Nein, gleich. Guck mal hier. Oh, süß, süß, süß. Okay, hier. Dann Prost. Prost. Ein Durchmesser. Tschüss. Genau. Hallo. So, dankeschön. Bis zum Spaß noch. Die Lernflassen gebe ich dir. Ciao. Oh. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Das wird auf jeden Fall richtig crazy noch. Du bist der heftigste YouTuber. Bist YouTuber? Ja, genau. So läuft das hier, also. Ballert die Kommentare voll. Und bis zum nächsten Mal, ne? Bis out. Bis zum nächsten Mal.